Wir haben heute den Herrn Peschorn zu Gast und die Frau Dr. Reich. Beim Herrn Dr. Peschorn haben wir einen interessanten Ansatz, weil wir der Meinung sind, dass das Vergabegesetz, so wie die Frau Ministerin Schramböck ausgeführt hat, dass es ja ständig und permanent eingehalten worden wäre. Wir haben eben den Eindruck, dass es in der Causa mit dem Roten Kreuz bei dem Werksvertrag umgangen worden ist. Und da hätte uns seine Expertise sehr interessiert dazu. Was sagt er dazu? Welche Sicht auf diesen Punkt hat er? Und bei der Frau Dr. Reich hat sich ja jetzt gerade ein aktuelles Thema aufgetan. Der Bundeskanzler hat im April versprochen, dass alle, die es wollen, bis Ende Juni durchgeimpft sein werden. Das geht sich jetzt nicht aus. Und hier werden wir die Gründe dafür hinterfragen. Das ist ja schon eine sehr komische Geschichte.